Schön, dass ihr heute hier wieder eingeschaltet habt. Ich habe mal was dabei für euch, was ich selber entwickelt habe und euch einfach mal heute vorstellen möchte. Da habe ich so die letzten Wochen ein bisschen dran gebastelt, weil ich einfach Bock hatte, das zu lernen. Vielleicht geht es euch auch so, Japan besteht halt einfach aus megavieren Präfekturen. Ich meine, wir haben 16 Bundesländer, Japan hat 47 Präfekturen und naja, könnte man jetzt sagen, 6 große Hauptregionen, 6 sind 6, 7 könnte man sagen, 7 Hauptregionen, die dann vielleicht auch nochmal unterteilt werden können. Ich dachte so, eigentlich möchte ich das gerne mal lernen. Ich möchte gerne mal wissen, wo liegt welche Präfektur, wie heißen die eigentlich? Und dann dachte ich so, wie kann ich das am besten lernen? Ich kann mir die Karte angucken und sie versuchen zu studieren und daran verzweifeln. Oder ich baue mir einfach ein Anki-Deck. Wenn ihr noch nicht Anki kennt, hier oben wird jetzt mal mein Video-Link eingeblendet. Da könnt ihr euch mal angucken, Anki, ein total cooles Tour, mit dem ich auch sehr viel Japanisch lerne, wo es einfach eine große Community gibt mit vielen Sachen, die schon vorgefertigt sind. Und ich habe euch mal ein Deck gebaut, mit dem ihr eure Geografiekenntnisse in Japan verbessern könnt, indem ihr die Präfekturen lernt. Und das finde ich richtig cool. Ich lerne damit und es hat sich um einiges verbessert bei mir. Ich zeige euch das Ganze mal. Hier seht ihr mal die App von Android, damit ihr auch einfach mal diese Oberfläche seht. Die finde ich echt super. Und hier gibt es Japan-Präfekturen, mein Deck. Und da kann ich auch mal gleich raufklicken. Wir klicken lernen. Und ihr seht, dann geht meine Karte hier auf. Ich muss sagen, ich habe jetzt außersehen nur auf neue gestellt. Das heißt, es kommen jetzt gerade Karten, die ich selber noch nicht gelernt habe. Mal gucken, ob ich das schaffe. Und 16 ist, boah, das ist eine gute Frage. Also ihr seht immer hier oben und unten steht jeweils die Zahl. Und dann seht ihr hier 16. Ihr seht, hier ist so Tokio. Die Zahl kann ich jetzt gerade nicht sehen. Ich glaube, es ist die 13. Hier ist Kanagawa. Saitama weiß ich. Gunma. Toshigi ist hier. Und hier müsste 8 ist. Das ist eine gute Frage. Das weiß ich gerade nicht. Aber hier ist auf jeden Fall Shiba zum Beispiel. 7 müsste Fukushima sein. Hier ist Niigata. Ihr seht schon, ein bisschen weiß ich. Jetzt kommt natürlich 16. Hatte ich noch nicht. Ist Toyama. Ja, genau. Bei manchen Präfekturen kann man sich herleiten, weil wahrscheinlich in 16 wird Toyama als Stadt liegen. Genauso wie 15 Niigata als Hauptstadt hat. Und dann seht ihr hier immer das Präfekturen-Logo, das kleine. Ihr seht Präfektur Tokoyama. Und natürlich die Kanjis, wie es geschrieben wird. Toyama Ken. Ken ist immer die Bezeichnung für eine Präfektur. Bei Sachen wie Tokio und auch ein paar anderen Sachen steht dieses Ken nicht dran, weil sie ja auch als, wie sagt man, als Stadtstaat fast schon gelten. Und deswegen haben sie so ein Ken nicht dran. Aber jede normale Präfektur hat dieses Ken hinten dran. Es bezeichnet sozusagen Ken. Zum Beispiel Shi an einem Stadtnamen hinten dran, heißt der immer, oder steht für Stadt. Kyoto-Ski. Ich weiß nicht, ob man es bei Kyoto macht. Bei manchen Städten macht man es, bei manchen nicht. Kommt immer drauf an. Tagayama-Ski zum Beispiel heißt es, wenn man den Namen sucht und den findet auf Japanisch. Genau. Und jetzt könnten wir sagen, wir wussten es nicht. Nochmal. Komm. Jetzt wollen sie die 17 wissen. Das ist eine gute Frage. Ishikawa ist es. Hätte ich jetzt nicht auf Anhieb gewusst. Wir können nochmal weitermachen. Jetzt fragt er uns die 18. Weiß ich auch nicht. Fukui. Fukui. Okay. Denn können wir hier auch Yamanashi. Das ist 19 gewesen. Hier. Hätte ich vielleicht auch noch hinbekommen. Jetzt kommt 20. 20 kann ich. 20 ist Nagano. Präfektur Nagano. Nagano Ken. Genau. Die 21 müsste Gifu sein, wenn ich mich nicht irre. Ja, Gifu stimmt. 22 ist Shizuoka. Stimmt auch. Und 23 ist Aichi. 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 Wie man es auch ausspricht. So. Ich höre jetzt einfach mal auf. Wir haben jetzt mal ein bisschen gelernt. Aber damit ihr ungefähr mal seht. Die Karten wechseln natürlich auch. Ich gehe dazu einfach mal auf eine andere Aufnahme hier. Die Bildschirmaufnahme. Und mache mich mal kurz etwas kleiner. Denn seht ihr das Ganze auch. So. Machen wir das mal weg. Hier seht ihr mein Anki. Ich muss nochmal kurz mein Bild ein bisschen kleiner machen. Wir können uns nämlich auch nochmal ganz kurz die Karten angucken. Damit ihr mal einen Unterschied seht. Ich habe das ein bisschen kleiner gemacht mal. Japan. Präfekturen. Genau. Und hier seht ihr zum Beispiel die Karten. So sieht zum Beispiel Hokkaido aus. Und wenn wir dann in die Tohoku-Region kommen, dann haben wir das da an der Stelle so. Dann waren wir hier in der Region Kanto. Dann kommen wir nach Chubu. Das ist das hellblaue. Dann kommen wir nach Kinki bzw. Kansai. Und haben hier die Karten für die verschiedenen Präfekturen. Dann kommen wir nach Chuguku. Nach Chiguku. Und natürlich nach Kishu. Und die letzte Karte ist Okinawa 47. Wieso die Zahlen so genannt sind. Es gibt eine ISO-Norm. Also es gibt eine richtige Norm. Welchen Code welche Präfektur hat. Und die sind so genau wie in dieser Norm hier sortiert. 47 steht für Okinawa in der ISO-Norm. Also internationale Standardorganisation. Glaube ich heißt das übersetzt. Die ISO. Und danach habe ich das auch sortiert. Und deswegen ist die Karte auch so mit Nummern. Ich hatte erst überlegt die einzelnen Städte einzufärben. Ich finde es jedoch so cooler. Weil ihr so immer den Komplettraum seht. Und immer ein bisschen gucken müsst. Die Zahlen. Und überlegen was ist die Nachbarzahl. Außerdem merkt ihr euch vielleicht auch so die Zahlen noch ein bisschen besser. Und das ist auch die offizielle Reihenfolge. Und was ich noch gemacht habe am Ende. Gibt es einmal die Region Karten. Es gibt die Hokkaido Region. Die Tohoku Region. Die Kanto. Chubu. Kinki. Beziehungsweise Kansai. Je nachdem. Kinki nahe der Hauptstadt. Weil früher halt da die Hauptstadt war. Kansai ist heute westliche Karten. Grenze. Ja kann man da sagen. Chuguku. Dann haben wir Chiguku. Kisho und Okinawa. So. Und damit könnt ihr glaube ich richtig cool lernen. Mir macht das total Spaß. Und damit ihr mal kurz wisst wie das Ganze funktioniert. Wenn ihr jetzt Anki hier einfach offen habt. Dann habt ihr die Möglichkeit hier Datei zu importieren zu klicken. Ich werde unter dem Video euch meinen Download Link zur Verfügung stellen. Da könnt ihr es einfach mal runterladen von meiner Website. Und ganz kostenlos nutzen und damit üben. Dann könnt ihr Datei importieren klicken. Und dann habt ihr diese Datei runterladen können. Das ist eine APGN. APKG. Also eine Anki Package Datei. Die könnt ihr einfach anklicken. Öffnen. Und dann importiert ihr alles durch. So. Ihr seht. Alle Daten sind reingeladen. Er hat natürlich jetzt nichts aktualisiert. Weil wir in dem Fall ja schon das Deck hier drin gehabt haben. Ja. Und das ist auch schon das ganze Wunderwerk. Ich fand es einfach mal cool zu lernen. Weil mich sowas total interessiert. Ich merke immer. Ich lese zum Beispiel gerade ein Buch über japanische Geschichte. Und da werden sehr viele Präfekturen immer genannt. Und Orte. Und ich merke so. Eigentlich weiß ich gar nicht wo die liegen. Weil viele Namen mir unbekannt sind. Ja. Tokio kennt man. Kyoto kennt man. Osaka kennt man. Naga. Nagoya kennt man. Vielleicht auch noch Kansai. Kanto und so. Aber ab da an hört ja schon vieles auf. Also. Tokio kennt man als Namen vielleicht noch. Aber keine Ahnung. Für Präfekturen. Chubu genauso wie die Präfekturen heißen. Und umso weiter man wegkommt. Von diesen. Sag ich mal. Zentralregionen. Wo gefühlt auch alles los ist. Umso schwieriger wird es an dieser Stelle auch einfach. Und deswegen fand ich eine ganz coole Sache. Probiert das Deck gerne aus. Und ich freue mich über Feedback. Sagt was ihr vielleicht besser machen würdet. Was man noch mit reinnehmen kann. Was fehlt euch noch. Ich habe überlegt. Vielleicht nochmal ein Update irgendwann zu machen. Und alle Hauptstädte auch noch mit als Abfrage reinzumachen. Dass ihr zu jeder Präfektur noch die Hauptstädte raten müsst. Ich dachte aber vielleicht ist das doch ein bisschen viel. Bei manchen geht es natürlich einfach Tokio, Tokio. Oder Toyama, Toyama. Nigata, Nigata. Wer hätte es gedacht. Und. Deswegen. Nutzt es gerne. Gebt mir gerne Feedback. Ich freue mich total wenn ihr sagt. Was kann man noch verbessern. Das ist noch nicht gut. Das kann man noch viel besser machen. Oder einfach auch ein Lob. Dann freue ich mich auch. Ich hoffe es hilft euch weiter. Mehr über Japan zu lernen. Und euch weiterhin Spaß, Motivation und Freude an diesem Thema zu haben. Genauso wie ich es habe. Und deswegen danke ich euch fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis denn. Tschüss.